Leute, es ist etwas passiert, das mich sehr schockiert hat. Robert Habeck, unser Vizekanzler, wurde aus einer protestierenden Menge angegriffen. Und wir wissen, Demonstrationen sind ein wichtiges Mittel zur Meinungsäußerung. Doch was gerade passiert, das könnte jetzt vieles ins Wanken bringen. Das, was bei diesem Protest passierte, das ging über das hinaus, was legal ist. Und das wird etwas verändern im Land. Hallo ihr Lieben, was sich in der Nacht auf Freitag in Schleswig-Holstein ereignet hat, das hat in ganz Deutschland für große Empörung gesorgt. Zu Recht. Kurz, was ist passiert? Robert Habeck, der war von einer privaten Urlaubsreise von der Hallig Hoge auf einer Fähre auf dem Weg nach Hause. In Schlützsiel soll er von Bord gehen, dort aber wartet bereits eine Meute von einigen hundert demonstrierenden vermeintlichen Bauern. Die hinderten ihn aber nicht nur am Verlassen der Fähre, nein. Ein Teil von ihnen versuchte sogar, die Fähre zu stürmen. Und es wäre ihnen sicher auch gelungen, wenn der Kapitän der Fähre nicht schnell genug wieder abgelegt und zurück nach Hallig Hoge gefahren wäre. Puh, Leute, wo sind wir hier eigentlich? Die Perspektive der Wieger Dampfschiffsräderei hier ist ganz klar genötigt worden. So ein Vorfall hat es nach unserem Kenntnisstand in der fast 140-jährigen Geschichte der Räderei noch nicht gegeben. Erst in der Nacht sei Habeck mit einer anderen Fähre zurück an Land gegangen und wieder nach Hause zurückgekommen. Oder wie die Bild, die nicht müde wird, Habeck immer und immer wieder als Versager zu framen, er schlich sich zurück. Gott sei Dank haben sie keine Hetzkampagne gegen Habeck laufen, nicht auszudenken, wenn man ihnen jetzt eine Mitschuld für die Eskalation unterstellen würde. Aber dazu gleich mehr. Dass hier nichts Schlimmeres passiert ist, das verdanken wir dem raschen Handeln des Kapitäns, aber auch dem entschlossenen Einsatz der Polizeikräfte vor Ort, die sich den Demonstranten in den Weg stellten und sie lange genug aufhielten, bis die Fähre ablegen konnte. Die mussten dabei sogar Pfefferspray einsetzen. Es war keine Minute zu spät, sonst wäre der Mob an Bord gewesen mit nicht auszudenkenden Folgen, da sagte der Räderei-Geschäftsführer Axel Meinköhn am Freitagmorgen. Wenn diese Entscheidung eine Minute später getroffen worden wäre, dann wäre die Fähre gestürmt gewesen. Es ist nichts passiert, aber die Symbolkraft dessen, die ist nicht zu unterschätzen. Der Angriff auf die Regierung im Privaten ist ein Dammbruch. By the way, machen wir am 21.01. ein Spenden-Event für die Flutopfer Nordthüringen auf meinem Twitch-Kanal, so mit Live-Musik und allem. Das moderiere ich dann, kommt da gerne 17.30 Uhr vorbei am 21.01. Nochmal kurz, in eigener Sache. Aber wir sind schon im Thema. Was sich da abgespielt hat, das war eine Grenzüberschreitung. Und das könnte auch ein juristisches Nachspiel haben. Am Freitag wurde bereits ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wegen Nötigung, Landfriedensbruch und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. War das vorhersehbar und viel wichtiger. Worum ging es den Bauern eigentlich wirklich? Sind das überhaupt Bauern gewesen? Oder stecken hinter der Blockade gar nicht Bauern, sondern eine ganz andere Gruppe? Ihr werdet überrascht sein. Habeck, der war im Weihnachtsurlaub. Trotzdem hat er währenddessen über ein Entgegenkommen für die Landwirte verhandelt. Die Situation aktuell sieht wie folgt aus. Die Regierung will im Rahmen der Haushaltsverhandlung für 2024 Steuervergünstigungen für Landwirte streichen. Am Donnerstag hat sie allerdings auf die massiven Bauernproteste reagiert und will auf die Abschaffung der Kfz-Steuerbefreiung für die Landwirtschaft verzichten. Die Abschaffung der Steuerbegünstigung beim Agrardiesel soll gestreckt und in mehreren Schritten vollzogen werden. Das scheint jetzt nicht zu reichen. Die Demonstrationen ab dem 8.1., die sollen wie geplant stattfinden. Welches Ausmaß das haben wird, das werden wir wohl oder übel sehen. Dass es aber trotz Entgegenkommen zu diesem wütenden Mob gekommen ist, das ist doch seltsam, oder? Habeck, der war nur einen Tag auf der Hallig und wurde so begrüßt. Die Versammlung indes war nicht angemeldet und kam relativ spontan zusammen. Aber wer hat dazu aufgerufen? Denn auch am selben Tag gab der schleswig-holsteinische Bauernverband eine Pressemitteilung heraus. Zitat Es ging eine Meldung auf Telegram und auf WhatsApp herum, in der von einem geplanten Bürgerdialog die Rede ist, zu dem man kommen soll. Ob Habeck wirklich 16.45 Uhr zu einem Bürgerdialog nach Schützi lud, das scheint gar nicht klar zu sein. Vielmehr wirkt es jetzt so, als habe man einen Mobilisierungsgrund einfach erfunden. Laut Behördenangabe ging das Gewaltpotenzial bei der Versammlung auch nur von einer kleinen Gruppe aus. Ansonsten sei alles friedlich verlaufen. Eine Sprecherin Habecks betonte, der Minister sei gesprächsbereit gewesen, jedoch sei ein Gespräch in Schützi nicht möglich gewesen. Zitat Leider ließ die Sicherheitslage ein Gespräch mit allen Landwirten nicht zu. Das Gesprächsangebot von Robert Habeck mit einzelnen Landwirten zu sprechen, wurde leider seitens der Demonstranten nicht angenommen. Zwei Leute dürfen jetzt mit mir kommen und reden. Ja, also der Ablauf, der Versuch zum Dialog scheitert. Ein Teil der Demonstranten will die Fähre stürmen. Es kommt zum Einsatz von Feuerwerkskörpern und Pfefferspray und die Fähre legt ab. Es entstehen Bilder voll von rohem Volkszorn und einer kläglichen Flucht des Vizekanzlers. Jetzt sieht man, wie der Wirtschaftsminister vor den Bürgern, nein vor dem Volk die Flucht ergreift. Da sieht man mal, von wem die Macht im Volke wirklich ausgeht. Ja, im Netz kann man sich dann schön dran abarbeiten, dass Habeck gar kein Interesse an dem Bürgerdialog gehabt hat. Auch Alice Weidel nutzt diese Desinformation genüsslich, um Habeck zu verspotten. Es geht nicht darum, was Habeck sagt, sondern wer er ist und wofür er steht. Ich meine, er ist nicht mal Landwirtschaftsminister. Und an der Stelle kann man schon mal stutzig werden. Worum geht es denn eigentlich? Was steckt dahinter? Der Spott auf Social Media, auch von der Gegenseite, wird er immer größer. In Memes werden die Bauern bereits mit Orks verglichen. Die letzte Generation wird von Konservativen angegriffen, aber die Bauern gefeiert, wenn sie die Straße blockieren? Was für Double Standards. Was das eine Lager tut, ist nicht legitim, weil es eben nicht mein Lager ist. Aber wenn wir das machen, dann ist es was ganz anderes. Ja, Leute, herzlich willkommen im Kulturkampf. Es geht nicht um Logik, macht euch mal nicht lächerlich. Wann begreift ihr das endlich? Es geht nur um Konfrontationen, darum aufzustacheln. Sind Bauern jetzt Orks oder Nazis? Ich muss euch enttäuschen, so einfach ist das leider nicht. Mal wieder. Denn bei all dem wirkt die immer gleiche Gruppe aus Neurechten. Die Bauernproteste, die werden mindestens seit 2019 unterwandert und zwar durch diverse, miteinander vernetzte Akteure. Beispielsweise eine Gruppe namens Arminius Erben. Und es ist eine langwierige Arbeit, die sie da betreiben, die sich über Jahre hinweg aber irgendwann jetzt auszahlt. Die Mobilisierung erfolgt über Gruppen wie die freien Schleswig-Holsteiner, die wegen ihrer Ablehnung der Demokratie sogar im Verfassungsschutzbericht 2022 von Schleswig-Holstein auftauchen. Und diverse Mitglieder von Arminius Erben sind jetzt die Administratoren der Gruppen, in denen Bauern und Verbraucher vermeintlich vereint werden sollen. Und in die Gruppen sind viele Menschen dazugekommen, die vielleicht auch nur solidarisch sein wollen mit den Bauern, offenkundig auch selbst enttäuscht sind von der Politik der Ampel. Und darüber hinaus nicht zu ahnenscheinen, wo sie da genau angekommen sind. Ja eben wie bei dem Protest an der Fähre, wo die Gewalt nur von einem kleinen Teil ausging. Ein kleiner Teil, der die Symbolik dieser Situation komplett auf den Kopf stellen kann. Dass vor Ort nicht nur Bauern zusammenkamen, sondern alle möglichen Leute aus diesem Milieu. Das liegt auf der Hand, so rühren ja seit Wochen rechtsextreme Parteien wie der Dritte Weg und Persönlichkeiten wie Martin Sellner auch öffentlichkeitswirksam die Trommel für den Bauernprotest. Und das kann ihnen nicht gefallen, das gefällt ihnen auch nicht. Bereits 2023 distanzierte sich der Deutsche Bauernverband von extremen Randgruppen, die unsere Agrarwoche kapern wollen. Und auch in Schleswig-Holstein ist man sich der Gefahr bewusst. Wir merken, dass wir unterwandert werden sollten, sagt der Verbandspräsident Klaus-Peter Lucht. Nur ist er mit dem Sollten vielleicht ein kleines bisschen zu optimistisch. Auch der Verfassungsschutz wisse angeblich von dieser Unterwanderung. Die Menschen, die sich in diesen Gruppen bewegen und nicht aus diesem Milieu kommen, allerdings nicht. Und diese werden benutzt und beeinflusst. Aber Leute, natürlich haben die sich das nicht selber ausgedacht, so mit der Unterwanderung der Bauernproteste. Das kopieren sie nur von ihren Vorbildern aus den 20er Jahren. Denn vor genau 100 Jahren ist das Gleiche genau so schon mal passiert. Nur gab es damals dann Bombenanschläge. Ja, wir sollten dringend die Geschichte im Blick behalten. Das ist immer wieder spannend. Wusstet ihr eigentlich, dass der echte Bauernkrieg genau 500 Jahre her ist? Wird ja mal wieder Zeit, ne? Das Thema, das wurde zu DDR-Zeiten schon zu politischen Propagandazwecken sehr krass ausgeschlachtet. Das taugt nicht als Witz. Vorwärts. Wir gehen vorwärts in die nähere Vergangenheit. Es gab nämlich bereits 2020, also unter der Großen Koalition wohlgemerkt, zwinker, zwinker, Bauernproteste mit rechtsradikaler Symbolik. Und zwar wieder in Schleswig-Holstein. Da formten nämlich die Landwirte das Logo der Landvolkbewegung mit ihren Treckern. Und die gingen den 20ern zu Bombenanschlägen auf Ämtern und Politiker über. Und später viele von ihnen zur NSDAP. Was, 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 was? Was, was, was? Wie kommt man denn da drauf, sowas zu bauen? Mit den eigenen Treckern? Leute, die Radikalisierung damals, sie ging nicht nur von den Bauern aus. Es gab massive Einflussnahme seitens der Nazis. Sie schafften es, die Bewegung politisch aufzuspalten und dann zu vereinnahmen. So ein bisschen wie in der AfD, da sind ja auch alle gemäßigten Kräfte raus. Der Historiker Christian M. Sörensen schreibt, Und dass sie jetzt wieder mit diesen Symbolen spielen, das zeigt, wie weit die Unterwanderung schon wieder fortgeschritten ist. Es ist auch kein Einzelfall. Am 27. Dezember berichtete die Taz über diverse gewaltverherrlichende oder rechtsextreme Symbole auf mehreren Bauern-Demos. So wurden neben der Großdemo in Berlin in Stuttgart und im Saarland Galgen gezeigt. Oder hier hat mir ein Freund geschickt, einfach random ein Galgen auf einem Kreisverkehr in Bayern. Völlig normal im Jahr 2023. Was hier passiert, läuft nach einem Playbook ab. Wir sehen gerade ganz genau, wie man sich derselben Strategie von damals annimmt. Leute, wir dürfen uns nicht spalten lassen. Bitte diskreditiert die Bauern nicht pauschal und an die Demonstrierenden gerichtet. Ich hoffe, ihr seht, dass wir euer Bauern-Verbandschef. Rechte und andere radikale Gruppierungen mit Umsturzgelüsten wollen wir auf unseren Demos nicht haben. Wir müssen uns gemeinsam gegen Antidemokraten zur Wehr setzen. Wir sehen an diesem Beispiel, dass der wahre Feind die Spaltung ist. Wenn man verlernt, miteinander auszukommen und Feindbilder verfestigt werden. Wir haben ja in den letzten Jahren hier immer wieder analysiert, wieso die Grünen zum perfekten Feindbild der Populisten geworden sind. Wäre super spannend, wenn es am Ende nicht ein Problem für unsere Demokratie wäre. Sie wurden zur Personifizierung der Elite bereits vor der Wahl 2021 mit Hilfe von Verschwörungserzählungen. Der Angriff auf die Fähre, das war ja kein Angriff auf Cem Özdemir, sondern auf das grüne Gesicht Deutschlands, das immer und immer wieder in der Bild zu sehen ist. Das Gesicht zum Feindbild. Und dann nannte Merz die Grünen den Hauptgegner der CDU-CSU. Das ist ein erbärmlicher Move der Schwäche. Es ist ja offensichtlich, dass man panisch nach Wählerstimmen in dem Lager sucht, in dem das einfache Freund-Feind-Weltbild funktioniert. Bei Verschwörungs-Schwurblern beispielsweise. Deren Erzählungen funktionieren ja genau so. Die Union biedert sich seit Jahren Antidemokraten an. Indem man diese Narrative aber legitimiert, indem man sich ihre auch bedient, als angeblich vernünftige Partei, legitimiert man auch die, die sie in die Welt gesetzt haben. Wer die Bauern direkt mit diesem Lager in Verbindung bringt, macht es sich zu einfach. Unionspolitiker haben diese Hetze längst salonfähig gemacht. Aus dem Dreck in einen vermeintlich demokratischen Raum gezerrt. Warum sich die Union immer mehr der AfD anbiedern muss, damit beschäftigen wir uns dann gleich im Video am Mittwoch. Da kommt nämlich schon wieder eins. Also lasst euer Abo da, damit ihr das nicht verpasst. Mal kurz und Glöckchen drücken vielleicht. Dankeschön. Und der Witz ist, dass der eigentliche Gegner der kleinen Bauern nicht die Grünen sind, sondern der Bauernverband, der sie aber immer wieder vor seinen Kernen spannt. Und wie mir scheint, hat sich das gereimt. Tja, sind sie wohl in diesem Fall auf Bauernfänger hereingefallen. Leute, bei uns läuft der politische Kampf immer mehr und mehr ab wie in den Staaten. Keine faire thematische Auseinandersetzung mehr. Der Gegner soll einfach nur zerstört und diskreditiert werden. Für eine neue Welt, wirklich. Ich bringe noch eine Kiste Bier mit zum Autokorso und du? Den Galgen? Cool. Die Brandstifter, die haben sich zwischen den gemäßigten Protestierenden ausgebreitet und versuchen einen Flächenbrand zu erzeugen, in dem sie immer mehr Härte eskalieren. In Sprache und Tat. Ob man das wieder zurückdrehen kann, diese Eskalationsspirale? Ich weiß nicht, das wage ich zu bezweifeln. Wer weiß, wie das alles weitergeht, wenn selbst der Vorsitzende des Bayerischen Bauernverbandes Felsner sagt, man wolle nicht, dass Politiker persönlich angegangen werden. Das setze allerdings voraus, dass sie dialogbereit seien. Dann komme es nicht zu solchen unschönen Szenen. Wer nicht hören will, muss fühlen. So weit sind wir schon gekommen. Und das aus dem Munde eines Offiziellen, nachdem die Regierung bereits eingelenkt hat. Dieser Mann ist bereits völlig vereinnahmt von der Härteeskalation in der politischen Debatte. Die Stimmung im Land ist nicht die beste, das wissen wir. Das liegt vor allem an der Gesamtlage um uns herum und der Arbeit der vorangegangenen Koalition. Also vor allen Dingen der CDU, CSU. Und gegen die wurde ja auch schon protestiert. Leute, das Ziel der Brandstifter, das ist Destabilisierung. Nicht das Lösen von Problemen. Deshalb gibt sich die AfD alle Mühe so zu tun, als würde sie auf Seiten der Bauern stehen. Die AfD, liebe Bauern, will Agrarsubventionen kürzen. Die wollt ihr ganz ehrlich nicht für euch sprechen lassen. Sie radikalisieren, sie vergrößern Unmut, wo sie können und reiben sich die Hände bei jedem Fehler, der der Regierung unterläuft. Den Bauern aber zu unterstellen, sie seien grundlegend undemokratisch oder direkt rechts, ist aber wieder nur eines. Wasser auf die Mühlen der Populisten. Die nur darauf warten zu sagen, wir haben es euch ja gesagt. Die wollen euch nicht. Kommt zu uns. Die Bauern haben natürlich alles Recht auf ihre Situation aufmerksam zu machen. Doch die demokratische Protestform wird durch diese Übernahme, durch extreme Kräfte unterwandert. Mit voller Absicht. Der Bauernverband seinerseits distanziert sich von Schwachköpfen mit Umsturzfantasien. Aber die Zweifel, ob man die an diesem Punkt überhaupt noch raushalten kann, die sind groß. Zu begeistert ist man von dem, was man schon erreicht hat. Die Reaktion von rechts auf den Angriff auf Habeck sieht so aus. Hier haben wir einen Screenshot aus einer WhatsApp-Gruppe der Freien Sachsen, wo man erkennt, wie sie den Angriff regelrecht feiern. Und da erkennt man übrigens auch, was ich vorhin angedeutet habe. Es wird so ausgelegt, als sei Habeck nicht in Gesprächsbereitschaft gewesen und lieber abgehauen und habe das Volk ignoriert. Klassische Täter-Opfer-Umkehr. Und wie ihr merkt, es geht schon wieder überhaupt nicht darum, was das eigentliche Problem ist. Weil es geht nicht um Inhalte. Was eigentlich dahinter steckt, das fällt unter den Tisch. Die Landwirte, die haben keine Alternative zum Diesel. Das heißt, das Streichen des Privilegs trifft sie alle. Und trotz allem, muss man sagen, erhielte jeder Hof nach den geplanten Kürzungen immer noch über 40.000 Euro Subventionen. Die geplanten Streichungen wären weder für große noch für kleine Betriebe existenzgefährdend. Nach Expertenschätzung geht es hier um 2.600 bis 2.900 Euro pro Betrieb im Schnitt. Und jetzt soll ja auch die Kfz-Steuerbefreiung bleiben. Das wären ansonsten 1.000 Euro Mehrkosten je Schlepper gewesen. Die Lage der Bauern, die war vor Jahren schlimmer als jetzt. Das letzte Jahr war übrigens auch deutlich einträglicher als das Jahr zuvor. Das sieht in der Statistik alles tiptop aus. Prekär ist die Lage von Bauern mit Kleinbetrieben. Diese hätten meines Erachtens von den Änderungen einfach ausgenommen werden müssen und werden jetzt von den industrialisierten Großbetrieben vor den Karren gespannt. Sie werden von allen Seiten eigentlich immer nur ausgebeutet und es ist sehr verständlich, dass sie die Schnauze voll haben. Und es war auch ein politischer Fehler, den Bauern 10% der Gesamteinsparung aufzudrücken, die getätigt werden müssen. Den hat man jetzt allerdings wieder gut gemacht. Allerdings soll das Restgeld jetzt von den Fischern kommen, die sich dann prompt den Bauern angeschlossen haben. Ja, so läuft das doch ganz hervorragend. Wieso kürzt man nicht einfach die Politikergehälter für dieses Jahr? Ja, um den Fehler einfach gut zu machen. Ging ja von euch aus. Na, wie wär's? Ey, das war übrigens eine populistische Antwort auf diese Frage. Seht ihr? So einfach geht das. Und abgenickt haben wir das gerade doch auch alle, oder? Dass der Angriff trotz all dem stattgefunden hat, zeigt, dass hier ganz andere Kräfte mittlerweile walten. Kräfte, die sich nicht für Konsens interessieren. Der eigentliche Unmut der Bauern gebührt eigentlich nicht der Ampelregierung an sich, denn die Unzufriedenheit bestand bereits in der Zeit der Großen Koalition und hängt auch immer wieder mit der EU zusammen. Beispielsweise, weil Subventionen stärker an Bedingungen oder Umweltschutzauflagen geknüpft werden oder weil es strengere Vorgaben zum Düngen gibt. Worum es eigentlich geht, ist allgemeine und lang aufgebaute Unzufriedenheit mit der vermeintlichen Elite. Und diese Elite ist eben durch dieses gut gepflegte Narrativ, das gleichermaßen auch von Verschwörungs-Schwarblanc kultiviert wird, immer dieselbe Gruppe. Die Grünen. An immer mehr Stellen gelingt es, die Stimmung im Land für das Ziel eines Systemumbaus oder eines Sturzes auszunutzen. Gruppen zu spalten, langfristig Kontrolle über Diskurse und politische Entscheidungen zu übernehmen. Eine freie demokratische Gesellschaft ist eine Willensanstrengung von vielen Menschen Tag für Tag. Und sie beinhaltet, sich selbst zu hinterfragen. Ich muss auch was dafür tun. Jeder Einzelne von uns. Etwa, wenn man einfach so alle Bauern als Rechtsradikal und Orgs darstellt. Fairness und Dialog muss immer möglich sein. Und nur das kann uns vor dieser schleichenden Unterwanderung schützen. In diesem Sinne, teilt das Video.